Was ist denn? Ich bin Pascal Schmalen. Ich bin in den ganzen 20 Jahren an Erschaffen als Scientist bei der IE. Die IE verkauft Sensor für den Autor. Sie produzieren, sie verkaufen sie, sie verkaufen sie. Ich interessiere mich ganz viel für Konzepte für den Sensor. Wie funktioniert der Sensor? Welches Prinzip? Wir entwickeln Algorithmen dafür. Wie kann das Sensor gebaut werden? Welches Material benutzen wir dafür? Material A, Material B von verschiedenen Herstellern? Die können wir mal vergleichen. Wir bewerten die. Wir können nur sagen, wie wir das Produkt bauen können. Das ist ja bestimmt, dass wir als Scientist haben. Das ist alles, was aktuell an der Physik beschäftigt. Das sind also nicht alles Theorema, die theoretisch sind, kann keiner benutzen. Nein, im Gegenteil. Wir benutzen das durch eine Destillierung. Wir können auch wissen, wer so ein Produkt herzustellen kann. Und das ist eigentlich ein ganzes Freitag. Ihr seht da. All das, die Theorie, die lehrt, die Physik, die Chemie, wo ihr immer seht, braucht ihr doch nicht aus, wenn ihr behofft könnt. Im Gegenteil. Wenn ihr bis heute bei der IE erst gesagt habt, dass ihr das effektiv auch benutzen könnt. Also das, was mir ja von allem gut gefällt, das sind eine Firma, die produziert. Durch die Sensor und einen Plan auf dem Computer, das ist nicht nur eine Plan, die es millionenfach produziert. Also da können wir nicht schnell an den Weg gehen. Und da laufen Maschinen an, da kommen wirkliche Produkte raus, die nur packen können. Und das war dann einfach flott. Das hat mir auch richtig gut gefällt. Also ich bin immer schon viel Elektronik interessiert, aber auch nicht spezifisch. Also ich war immer ein Opfer für verschiedenste Techniker, egal auf der Mechanik oder der Elektrik. Und da tut mir so glücklich, dass ich am Studium viele verschiedene Sachen probiere. Also was ich so komme, dass ich dann nur so tue, okay, als Ludwig in IE, das sind eine bekannte Firma, Automobil, die bauen moderne Sensore für ein Auto, so wie sie hauptsache es viel gefroht gehen. Da hat es genau das, was mich interessiert. Hier in der Firma, das macht viel Englisch, viel Französisch, da geht alles gut geschwört, da sind ganz verschiedene Leute hier. Und da hat es gesagt, was du so flott hast, muss ich in Opel sind, ob der Wald, muss ich ein neues Lehrer wollen. Und das kann ich hier in der Firma machen. Und dann noch jetzt in Ludwig, und du willst das nicht gerne hier. Das ist ein neues Lehrer. Ich bin ein neues Lehrer. Ich bin ein neues Lehrer.